So, hallo und herzlich willkommen. Wir spielen Battlefield Play for Free. Heute wieder mal auf der Karte... Nein, nicht Chucky. Heute wieder mal auf der Karte kackend. Und wir sind auch schon mitten drinnen. Ja, so wie immer halt. Und ja, schau mal, was da heute weitergeht. Da geht es ja schon ganz schön zu. Ich schleiche mich mal da aufs Dach rauf. Und dann schauen wir mal, was wir da so... Was wir da so weiterbekommen heute. Okay. So, da haben wir zumindest noch wen getroffen jetzt, bevor unser Panzer zerstört wurde. So, ich habe mich da kurz runter. Okay, naja, machte nichts 5 zu 0. Und da würde ich sagen... Hm. Boah, wir müssen gleich nochmal verfahren. Heute wieder mal auf meiner Lieblingskarte. Wie schon gesagt, äh... Äh, genau, wie heißt sie denn? Äh, Kackend. Jetzt vergesse ich schon zum dritten Mal den Namen. So, habe ich den nicht erwischter. Naja. Immerhin, 7 zu 1. Geht ja schon was voran da. Wir verlieren natürlich wieder mal. Und... Naja, kann man noch nix machen. So, der Idiot beschibt uns da die ganze Zeit, aber das ist mir eigentlich wüscht. So, wunderbar. Autsch, okay. Naja, macht auch nix. Wir sind gleich wieder dran. Kackend habe ich ja doch schon eine Zeit lang nicht mehr gespielt, das hat. Deswegen habe ich mir gedacht, es schadet nicht, wenn wir uns das wieder mal anschauen da. So, Autsch, das tut nicht so gut. Okay. Naja. Mit der STG auch, wunderbar. Macht ja nix. Immerhin haben wir da schon ein bisschen, ein paar Punkte erwirtschaftet da. So, ich schaue mal da wieder auf der Seite nach vorne. Dieses Mal machen wir es vielleicht etwas besser. Oder auch nicht, aber das werden wir uns hier gleich anschauen. So. Zumindest haben wir es jetzt einmal hierher geschafft. Da ist auch kein Mensch da. Naja, sollten wir uns unseren Vorteil nutzen, da und da nach vorne laufen. So, heute treffe ich wieder überhaupt nix. Naja, ich schaue mal da auf der Seite nach vorn. So. Da haben wir auch noch ein paar Tippen, da. So. Okay, dann haben wir nicht mehr ganz erwischt, aber immerhin. So, perfekt. Läuft ja ganz gut da jetzt. Schauen wir, dass wir da irgendwie diesen Busten da noch bekommen. So, jetzt hat es mich geschreckt. Bist du blöd. Naja. Okay. Kann man nix machen. Jetzt hat es mich wirklich gerissen da. Wir schauen wieder da auf dieser Seite nach vorne. So. Und da auf der Seite. Naja, gut. Okay, 17 zu 6. Na, immerhin. Okay. Ich würde sagen, wir gehen lieber da entlang. Für uns dort die mit ihren Sniperstops schießen. Wo ist dieser Typ? Ich sehe nicht. So, ich werde da auf der Seite durchschleichen schon da. Und ein paar. Da haben wir auch gleich einen Medic da. Perfekt, so. Dann würde ich sagen, wir schauen. Schauen wir da auf der Seite vorbei. Oh, okay. Wunderbar. Den haben wir uns jetzt erwischt da. Naja, kann man nix machen. 18.7. Immerhin. Mit der AEK natürlich wieder einmal. Das ist wieder typisch. So, wo ist dieser Typ jetzt hin da? Aha, da ist ein Ding, sein Fahrzeug. Das umgeben wir da jetzt geschickt, indem wir da umhupfen. Wunderbar. So, da ist irgendein Typ aufgerannt. Den haben wir gleich einmal weggesprengt, sozusagen. So, ups, okay. Naja, das war blöd jetzt. Hätte ich da irgendwie erwarten müssen, dass da oben einer steht. Aber gut. 19 zu 8 ist nicht ein Traumergebnis, aber bitte. Was soll's? Besser als nichts, oder würde ich sagen. So, da hat er mein Fahrzeug jetzt. So. Wunderbar. Dann haben wir noch erwischt, oder? Gehen wir geschwind da hinten rum und herum noch. Na ja, immerhin 22.8 ist zwar nicht so toll, als da da war gut. Besser als nichts. Eine Runde geht sich nach Hause, würde ich sagen. Spielen wir noch ein schönes Ründchen. Sozusagen. Nehmen wir uns da dieses Mal dieses Fahrzeug da mal. Dieses, diese, dieses Bandsabwehrfahrzeug, da fahre ich gleich einmal zum Punkt C. Ist immer sehr empfehlenswert in dieser Map. Weil da haben wir hinter diesen, äh, hinter diesen Kisten da etwas Schutz, falls ein gegnerisches Fahrzeug kommen sollte. So. Genauso wie da. Wunderbar. Haben wir gleich zerstört da einen. Perfekt. Ah, da hinten kommen schon die Panzer. Perfekt. Dann haben wir auch noch erwischt. Sehr gut. Jetzt fangen wir schon mal ganz gut an. Perfekt. Arsch. Okay. Er hat uns erwischt. Naja. Kann man nichts machen. Immerhin haben wir vielleicht ein Panzer noch zerstört oder auch nicht. Mehr oder weniger zerstört wird. So, ich werde da gleich hinten rundherum gehen, wieder da auf dem Weg, dann vielleicht findet man da irgendwas, irgendwelche Sniper oder so. So, da hinten habe ich jetzt was gesehen, aber da wollen wir uns jetzt nicht so lange aufhalten mit dem. Gehen wir doch gleich nach vorne einfach da. So. Dann nehmen wir noch mit in den Tod. Dann schauen wir da gleich einmal da herüber. So, da stehen wir jetzt zwei Panzer da. So, da stehen wir jetzt zwei Panzer da. Arsch. So, der war von hinten. Macht nix. Oh, schickt. Okay. Vielleicht nicht so günstig da. So, den haben wir immerhin noch erwischt. So, der Panzer ist sofort da gemütlich vorbei. Perfekt. So, den lassen wir auch da schön vorbeifahren. Der soll uns da nicht stören. So, irgendeiner schießt auf uns, aber ich finde ihn einfach nicht. Oder auch. Doch nicht. Naja. Wunderbar. Da steht ein Band zuvorzug. Okay, das ist jetzt nicht so günstig. Das können wir da kurz... Aha, ist das schon. Okay. Naja. Das war auch noch nicht schaden. Oppala. Kann auch nicht schaden. Oh, okay. So, es fehlt noch mal noch der A-Punkt und da ist jetzt dieses blöde... Blöde Fahrzeugter. Autsch. So. Oh, okay. Jetzt haben wir uns überfahren. Na gut. 5 zu 2. Immerhin. Geht etwas ruhiger an der Runde da jetzt halt. So. Ich werde da gleich an der Seite wieder vorbeigehen da. Und da nach vorne. Schleichen. Und ein paar. So, da werden wir gleich raufgehen. Und schauen, ob da irgendwelche Typen auf dem Haus rum sind. Aber es schaut eh nicht so aus. Als wäre es so. Also, ich werde das mal gleich... Autsch. Okay. Shit, das war natürlich jetzt nicht so gut. 6 zu 3. So, wunderbar. Dann haben sie umgebracht. Schmeißen wir Ihnen da ein Päckchen her. Können Sie ja vielleicht immer gebrauchen. So, ich werde dieses Mal gleich... ...direkt nach vorne gehen da. Und da keine Zeit verschwenden. So. Passt. Den haben wir erledigt. Da ist eh keiner mehr dabei. Wunderbar. So. Okay. Schaut gut aus für uns. Wir sind dieses Mal endlich einmal am Gewinnen. Das ist auch einmal nicht schlecht. Immer da diese Matches verlieren ist auch nicht so günstig. So. Okay. Wollen wir da einmal nicht so viel... ...Sponkill betreiben. So, da geht es zu mal. 3. Aber gut. Das soll uns nicht stören. Autsch. Na gut. Okay. Hat uns erwischt. Macht nichts. 13.4. Immerhin. Der hat da seine Gucker da. Okay. Sein Fernglas sozusagen auf Deutsch. Soll habe ich... Sonst habe ich wieder gar nichts geöffnet. So. Dass ich da noch drauf treffe. Das ist ein blödes Haus da. Aber es hat anscheinend nichts gebraucht. So. So. Der Idiot da oben da, der regt mich etwas auf. Das war jetzt etwas zu weit. Naja. Wir schauen als nächstes, würde ich sagen, auf dieses Gebäude rauf, oder? Und da sagt man immer einen sehr guten Überblick, der Tratsch. So. Den habe ich gar nicht gesehen, da. War ich wieder etwas blind? Okay. So. Der hat uns jetzt gesehen, da. Das blöde Fahrzeug. Okay. Na gut. Braucht nichts. 18 zu 5. Immerhin. Schauen wir, was wir da jetzt noch weiterbringen, bevor das Match sein ist. Lang wird es ja nicht mehr dauern. Schätzungsweise. Okay. Ist schon zu Ende. Naja. Ich hoffe, euch hat es gefallen. 18 zu 5. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.